Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnight Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich und mit dem Herrn Sofort! So, ja. Herr Gleich. Wir haben zwei neue Items heute im Shop. Das ist zum einen der Kit Bash. Show ihm, was du gemacht hast. Das ist eine Dose da unten, dann hat er eine Schere da dran. Wir können einfach sagen, das ist ein Trashcan, das Ding. Eine Klopapierrolle. Ja. Zum Glück ist sie nicht benutzt worden. So. Oh, der hat ein Herzchen. Guck mal. In wen ist er denn? Der ist in die andere verknallt. Siehst du das? Das ist die, die da sonst noch im Shop ist. Ja. Der hat die als Herz. Ist das ein Pärchen? Ja. Ja. Ja, so. Und dann haben wir hier eine Dose. Was hatten wir da? Das sind Streichhölzer, ne? Ja, das sind Streichhölzer, ne? Ja, das sind Streichhölzer. Streichhölzer, dann eine alte Banane drauf. Ja, und... Einen Reifen vorne. Ja. Und besteht hinten, was ist denn das? Das ist ein Heizkörper. Da hinten noch dran. Sieht aus wie ein Radio, oder? Sieht aus wie ein Radio, oder? Das ist ein Stickit-Zettel noch hinten dran. Ein Mikrowelle, ey. Ein Toaster, das ist ein Toaster, der Kopf ist ein Toaster. Ja, also, was geht's denn mit dem? Ja, also, von der Kreativität her gesehen, muss ich sagen, finde ich den schon ziemlich cool. Äh, Aussehen, finde ich, tut er trotzdem scheiße. Also, ich kann, ich bin da irgendwo hin und her gerissen. Also, ich finde, wie gesagt, Kreativität kriegt er von mir 10 Punkte. Vom Aussehen her kriegt er von mir 4 Punkte. Also, muss ich irgendwo mittendrin sein, dann gibt's 7 Punkte von mir. Von mir gibt's auch 7 Punkte. 7 Punkte an den Kid Bash von unserer Seite. So, was haben wir denn da aktuell als... Bin ich auch da, ich hab den auch hoffentlich, das ist der, glaube ich, ja. Das müsste so richtig sein. So, das ist hier der da, da haben wir 5 von 5, aber nur ein Wort bis jetzt. Aber es ist ja auch noch, der ist ja auch noch ganz ruhig. So, dann haben wir den Spark Plug, also in die der Kid Bash verliebt ist. Die sieht eigentlich ganz, ganz cool aus, muss ich sagen. Also, was ist denn da? Ja, das sieht man da hinten, okay. Aber an irgendwelchen Film, an was für eine Film erinnert mich das? Keine Film-Erlebensgründe, was ist der Film-Erlebensgründe? Erinnert mich an... Leute, bitte schreibt mir mal in die Kommentare, wenn euch irgendein Film einfällt mit irgend so einem Schrott-Roboter. Also, der Roboter, der aus Schrott zusammengebaut ist und mit einem Mädel, die da... Also, irgendein Film erinnert mich das. So, also... Okay, so sehr. Ähm... was gebe ich der denn? Ja, ich finde die sieht gar nicht so schlecht aus. Finde ich eigentlich ganz cool. Und die kriegt von mir 6 von... 6 von 10 kriegt die von. Okay, von mir 5 von 10. 5 von 10. So, was haben wir da momentan für Votes? Bei... Spark Plug. Ähm... da haben wir derzeit... 5... auch 5 von 5. War der gleiche. Wahrscheinlich der gleiche, der diese Note gegeben hat. So, dann sind wir nach wie vor beim Frozen Gear Bundle. Das hatten wir ja schon bewertet. Können aber mal schauen. Da haben sich die Noten, glaube ich, inzwischen ein bisschen verbessert. Das war ja... Vielleicht mal 1.8 oder so was, ne? Ja, das war ja sehr, sehr überraschend. Also, wir waren auch so, hä? What? 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 Warum das? Warum? So, das ist dieses... Aber das ist ein anderes Frozen Gear Bundle. Aber hier steht Cold Hearted. Na ja, gut, egal. Das war das Gleiche. Nein, das ist das Cold Hearted von dem Bundle. Achso, so meinst du. Ach, du meinst, dass es hier Unterschiede gibt. Frozen Beak und Duster und Frozen Feathers. Aber die meinen damit das ganze Bundle mit der Benotung. So, ne? Das heißt, wir haben hier 3,13 von 5. So, dann sind wir beim Burnout. Dem Biker. Dem ist gegen den Pile. Wo verlierst du denn, ja? Damals in diesem 3 wollte ich unbedingt kaufen. Ja. Eigentlich unbedingt. Ja. 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 Erzähl. Ich sehe gerade in Interviews oder sowas. Ja. Und dann... Ja. Was soll man sagen? Mach den eins unten drunter. Mach den. Hä? Dies. So. Weiter. Ich würde sagen, den gebe ich mal 7 von 10. 7 von 10. Von mir kriegt er 6 von 10. Schauen wir mal, was kriegt denn der Burnout? Was hat er denn hier? 4 von 5. So. Dann haben wir als nächstes die Stop-Ex. Was hältst du von der Stop-Ex? Ja, guck mal. 3,43 von 5. 14 Volt. Also ich bin ja nicht der Einzige, der der 4 Hündchen geben würde. Ja, die geben sogar noch mehr. Ja. Dann haben wir den Pop-Lock. Erfasst sich halt null in der Kamera, aber... Ja, weil die Kamera wieder mehr auf dich gerichtet ist. Pop-Lock. 8 von 10. Ich auch. So. Würde ich mir aber nicht kaufen, Leute. Ich möchte ich kaufen. Okay. Ich weiß nicht warum, aber ich finde den irgendwie nicht so. Der ballert nicht so. Also es gibt manche Emozien, bei denen denkt man sich boah geil und bei dem so mhm. Natürlich von den Moves und Sound ist schon geil, aber das ist... 4,25 von 5. Bei wie vielen? 38 oder so. 28. 59 Reminders. So. Dann sind wir mit dem Pop-Lock soweit durch. Dann geht's rüber zum Infinite Dab. Der hat irgendwann so einen komischen Fehler. Achtung. Das ist kein Fehler, aber... Achtung. Der ist gleich. Oder? So jetzt. Du meinst das einfach der Pass übersteuert? Ja. Ähm. Infinity Dab? 7 von 10. Ehrlich? Ich geb dem 6 von 10. Wegen einem Punkt sagt der wirklich. Ja, weil 7 von 10 ist für mich schon ein obere Ding. Naja. So, also hier haben wir 4,1... Was? Was? 4. Ich drücke. 3 mal druckt. 4,19 von 5. Bei 43 Votes. 106. Wie mein es. Ja Leute, wenn es euch heute wieder gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über ein Like von euch freuen. Über eure Kommentare. Abonniert den Kanal. Dann mach ich den da wieder. Ja, 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 ja. Oder den da. Ja, 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 ja. Machen wir den da. Machen wir den. Machen wir den da. Mach den dann so weiter runter. Machen wir den gleich noch den. Dann rüchst du den da. Und, ja. Ja, vielleicht schaltet ihr das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Fortnite Daily Shop News mit mir dem Herrn gleich und dem Herrn sofort nebendran, morgen nicht mehr, morgen ist wieder nur gleich die Session. Oh Gott, Leute. Was? Was heißt die? Oh Gott. Ja, wenn es euch gefallen, würde ich sagen, dann glaube ich, tschüss.